Willkommen zurück hier im Thornwald bei Kingdooms of Amalur Reckoning. Ja, die haben wir ja zu Glück in der letzten Folge beseitigen müssen, mehrfach. Ah, leider aber. Jetzt geht es auf den Schnellerritt hier wieder hinein. Auf jeden Fall, was uns zu beschleichen wollen wir nicht. Was uns zu schaffen macht, ist dieser Fluch. Aber jetzt müssen wir da wohl durch. Wir müssen jetzt auch so irgendwie durchkommen, da ist der Troll. Den müssen wir auch so down kriegen. So, Nummer 2 und 3. So. Jetzt kriegst du das so ein bisschen auf die Arme. Aua. Aua. So, noch was. Uh. Ey. Noch was. Wow. Voll ausgerutscht. Ja. Dann halt so. Gut, den hast du nochmal ausgeschalten. Oh, die Keile. Du, 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 du. Hui. So. Einmal mitnehmen. Der nächste kommt schon gleich direkt danach. Wissen wir ja. Von der vorherigen Folge. Erstmal sacken wir wieder unsere Gegenstände hier ein. Nichts besonderes. Na, ich will mal sprinten. Falsche Taste. Ist hier jemand? Ne. Im Pflänzchen. Aber selbst das können wir ja mitnehmen. Auch dieses Pflänzchen. Und da kommt er schon. Ja. Ich verstehe dich ja. Na. Jetzt. Ab. Mit dir. Alter. Bevor ich hier verrecke. Jetzt ist Schluss mit dir. Jetzt halt dein Maul. So. Hehe. So. Den hätten wir sauber erledigt. Ich glaube, das ging es letztes Mal nicht so gut. Mhm. Oh. Berührung des Todes. Den bei Vollmond natürlich auch. Mensch. Immer diese falsche Taste. So. Hier haben wir auch. Ach. Ach. Stimmt ja. Hier sind wir das letzte Mal gestorben. Die lasse ich mal lieber zu. Ja. Lasse ich zu. Dann. Sag ich lieber. Nee. Das sollte da besser drinnen bleiben. Das hat uns nämlich das letzte Mal das Leben gekostet. Und das wäre nicht so schön. Das immer wieder zu probieren. Okay. Kommen wir schon mal nicht runter. Einmal über die Brücke. Wir kommen uns jetzt hier ein Stückchen näher. Nochmal ein bisschen rumschauen. Ob was für uns hier zu ergattern ist. Ob es auf dem Pflänzchen. Mensch. Was mache ich denn? So. Hä? Bin auch hier entlang. Hier. Und dann muss ich irgendwie hoch. Geht's ja irgendwo hoch. Scheint nicht so. Ich gehe einfach mal hier an den Klang. Hier brauchen wir ja noch nicht. Das wird schon richtig sein. Hier kann man runterspringen. Ah. Zack. Hier ist was im Wasser. Durchsuchen bitte. Mhm. Okay. Schon mal nichts zu gebrauchen. Gut. Stab wäre sowieso nichts für uns. Da wir eh anders geskillt hätten. Aha. Ein Trühchen. Ein Trühchen mit Mühen. Geht immer. Sehr. Uh. Sehr schwer. Aha. All der Finne. 17 Körperschaden. 17 Feuerstand. 3 Sekunden lang. 34 Verbrennungsschaden. 8 Durchbohrungsschaden. Und 10% Volltrefferchance. Aber holla. Den möchte ich glaube ich haben. Ja. So. Cool. Neue Waffen. Das hat sich doch klar. Oh. Oh. Stimmt. Man kann ja schwimmen. Aber hier ist eine unsichtbare Barriere. Cool. Gut. Haben wir schon mal neue Powerwaffen. Haben wir hier entlang. Ja sorry. Das ist wenn ich alles absuche. Aber. Oh. Liegen Leichen. Soll ich den wiederbeleben? Ist das der? Ich gucke mal. Eventar. Bei Konsumgut. Und. Ne. Gegenstände. So. Hier haben wir einen Wiederbelebungstrang mit. Ne. Der funktioniert hier nicht. Der ist tot. Okay. Wo soll es dann hingehen? So. Jetzt haben wir eigentlich soweit. Alles abgelaufen. Also scheint es hier nicht richtig zu sein. Okay. Dann suchen wir uns einen anderen Weg. Was sein muss. Muss sein. Ah. Da spielt die Hintergrundmusik auch mal wieder mit. Die habe ich gerade irgendwie vermisst. Ah. Hier geht es. Nicht wahr. Ach. Von diesem Mal her. Komm. Sorry. Geht es hier weiter? Nee. Da unten war. Ah ja. Geht es hier weiter? Ich dödel. Ja. Das sieht schon. Ah. Das sieht. Sehr danach aus. Jawohl. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Was ist denn in der Trauerschlucht? Frau Maid? Frau Maid? Das sieht gut aus. Sehr. Ich will es gleich mal einen finden. Mhm. Alles klar. Okay. Dann scheint es so. Wie das mal wieder zurück zu gehen. Dann tun wir das. Auf diesen schnellsten Wege. Einmal komplett. Zulaufen. Einmal hier entlang. Hier entlang. So. Okay. Oh. Und jetzt scheint es ungefähr. War das nicht der Typ, den ich versucht habe wieder zu beleben? Das. Wo ich gesagt habe. Das sieht aus wie der tote König. Könnte sein. Der am Wasser hier. Das war ungefähr hier durch. Einmal hier hinunter hopsen. Und glaube so hier ungefähr. Jawohl. Ach. Jetzt kann man den wieder beleben. Ich muss euch töten. Wer seid ihr? Wie seid ihr gestorben? Fragen wir erstmal bevor wir ein wenig hier ummetzeln. Dann gehört nochmal zu sein. Ja. Wer seid ihr? Wie seid ihr? haben wir keine andere Auswahl da kommen wir eigentlich ziemlich freundlich drüber und und jetzt sollen wir den nochmal töten so so und goodbye so jetzt kriegst du noch das hier von mir das hier und jetzt noch den hier so und goodbye bam tja du bist halt kein Gegner für mich Trauerschlucht überqueren warum sollten wir den jetzt überhaupt wiederbeleben um ihn wieder zu töten das bringt doch jetzt gar nichts er war doch so oder so tot oder sollten wir die Geschichte vollständig machen indem wir den ehemaligen Champion besiegen das ergibt nicht so nicht so ganz finde ich aber naja gut sollen wir jetzt woanders ahaha das ist cool gemacht gut dann macht das doch vielleicht ein bisschen Sinn und hier wartet schon der nächste oder hilft er uns oder hilft er uns weiß ich gar nicht mehr so great was willst du denn du hier werdet verlieren aber er ist von dem meinten mal wieder ein bisschen verführt und verzaubert und vermagict worden wow halt aufhände bleibt mir ganz locker wow wow hör auf wow ganz ruhig ganz ruhig wow hilfe 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 ich will nicht wieder sterben alter gut den brauchen wir auf jeden Fall Erfahrung und ich mach mal Mana so ja weg jetzt da und jetzt haltet die Klappe weg mit euch au 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 nein 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 ja kriegt mich auf so jetzt ist Schluss jetzt hier du blöder ja so den haben wir erledigt jetzt halt du auch deine klappe es bist du dran jetzt gibt es richtig feuerwerk hier von mir jetzt ist schluss jetzt du zack zack jetzt gibt es doppeltes feuerwerk hier gegen mich hast du so keine pappe du tschüss und feuerwerk das war's mit dir gut nur gold das war ja erst mal nix gucken wo der andere verstorben war das jetzt nicht hier nein oder war das hier da naja der hat genauso wenig kein mana na gut dann geht es ab in die höhle aber erst in der nächsten folge von king dooms of armor beckening hoffentlich hat es euch spaß gemacht und dann bis dahin